Nein! Hä? Okay, ich bin wieder dabei. Das ist so Frauen-Zeug, das Blätter. Dann ist es Frauenarbeit! Da glaube ich ein bisschen Zeit kaputt. Hier! Ja, ich komme da nicht hin! Oh! Oh mein! Nein! What? So, gleich! Oh mein Gott! Hey, hey, hey! Nein! Hier, kommt da die Leiter hoch! Welche Leiter? Was ist der Leiter? Ja, wo hast du die gemacht? Ja? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß wo sie ist. Oh, äh, warte! Hier! Ich muss den Verteilerkasten hier unten reparieren! Oh mein Gott! Fuß! Fuß, ja! Blink, 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 blink! Alles okay? Ja! Vorsicht da unten, Pfarr! Ja! Kannst du das? Oh, nein, wo ist es? Du kannst das! Können Sie das reparieren? Ja, kann ich! So! Jetzt! Push it! Destroy it! Oh, Geld! Und los! Oh, viel Geld! Jawoll! Rein in die Gasse! Raus aus der Gasse! Hui! Oh mein Gott! Du hast da was! Nee, ich seh, ich seh immer so aus! Nimm mit, hier geht's! Hier, fress doch! Ja, ich will ja! Das war nicht mein erstes Mal, denn dann würde ich wollen! Kann ich! Oh mein Gott! Muss mich erst befreien! Bin gerade ein bisschen... Ich bin im Ultramodus! Raus! Das und alle davon! Oh, äh, was? Wie machst du das nur? Kann ich auch! Ich fahre, mein junger Freund! Nee, ich fahre! Sollten Motorräder nicht zwei Räder haben? Es ist noch nicht fertig, Sir! Oh! Können wir noch ein paar Steine für mich raus bei uns, Sir? Das verstößt zwar gegen die Regeln, aber okay! Danke, Sir! Gehen gemacht! Da hoch musst du! Auch noch mehr! Da hoch musst du! So! Einfach ranziehen! Ich warte noch mehr Steine! Können Sie eine Mauer oder so für mich aufreißen? Mauer aufreißen! Da drüben! Rechts! Rechts! Da! Ja! Okay, da noch! Jawoll! Damit kann ich arbeiten! Das wird nicht passen! Hat doch gepasst! Ein glücklicher Zufall! Jetzt! Geigen Sie ein, junger Freund! Wohohohohoho! Aber eine Katze! Sagst du mir bitte, was hier vor sich geht? Ich rette Sie, Sir! Um Sie geht es in der Prophezeiung! Bitte nicht fahren! Bitte nicht fahren! Bitte nicht fahren! Und laut der Prophezeiung sind Sie die wichtigste, talentierteste, interessanteste und außergewöhnlichste Person des Universums! Das sind doch... Ja, das bin ich! Das trefft auch nicht zu irgendwie! Ja? Das bin ich! Ja! Sie fahren! Was? Ich fahr! Ich fahr! Oh Gott, ich fahr! Und ich spring rum! Du fährst auch! Was? Wie lenkt man? Reis dich zusammen, Emmett! Kreis dich zusammen! Was kann ich machen irgendwie? Sir, können Sie etwas gegen die Autos tun, die auch unsere haben? Ja, ich kann... Oh! Ich versuch's! Hey, das Bike feuert Laser! Soll das so sein? Gut so, Sir! Weiter Feuer! Sterb! Hey, ich hab's geschafft! Aber Steine kann ich, glaube ich nicht. Spreng! Alter! Ja, ja, ich bin drin dran! Ich serve! Ich muss näher an die Fahrzeuge vor uns ran, Sir! Äh, mal sehen, was ich da tun kann! Dafür werden sie mir... Oh mein Gott! Alter! Toll gemacht! Ah, ich muss Meister bauen! Ich muss Meister bauen! Also so Landwirtschaft und so! Wow! Was machst du? Ey! Das ist eigentlich kein Cabrio! Aha! Da war nichts! Äh... Wenn du runterfällst, fahr ich dich hoffentlich nicht über den Haufen! Ja! Hey, sorry! Ich soll mich mit dem Druck erheben! Oh, ich kann hier... Nein! Bitte schießen Sie auf das Ventil hinten an diesem Truck! Du möchtest, dass ich laser auf einen Tankwagen... Hey! Warte! Was tust du? Ich... 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 Ich hacke die Gegend hier! Mach! Das war mal! Ich... Ich... Ja... Happy... Ich... 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 Ja... So geil, das! Jawoll, ich wollte mir das zeigen. Ach ja. Halten Sie sich besser zurück, das Ding liegt gleich in die Luft! Solltest du denn dann immer noch draufstehen? Ja, ja, sorry, ich war dran. Ja, sorry, ich war dran, der Herr Ausredenmeister. Hoch da, ran da, kann da. Dem ist nichts passiert. Gar nichts. So, kletter mal nach vorne. Ich, äh... Ziehen Sie hinten auf den Abschleppwagen, Sir! Äh, ja. So, jetzt hoch da. Stell dich nicht so an! Oh... Jawoll! Und spring! Spring! Achtung, Sir! Da vorne ist die Straße gesperrt! Wow! Oh Gott! Wow! Wow! Panzer, ich hab Panzer! Ich bin in Sicherheit! Das ist gut! Und ich? Dann nutze Ihnen den Panzer. Ja. Ich bin oben da. Such dir was, was deiner Größe entspricht! Welcher bin ich? Ich bin der da. Wir müssen die Raketen abschießen, bevor Sie sie treffen! Ach so! Die Raketen! Die Raketen! Da hink's! Was? Toll gemacht! Du musst die Raketen abschießen! Ja! Ja! Genau! Okay! Mach wieder die unten! Oh! Boom! Oh! Vielen Dank! Ich kann etwas hinten im Truck erkennen. Können Sie vielleicht die Hintertür aufschießen, Sir? Oh, kann ich das? Ja, ja. Oh, komm. Oh. Oh. Ja, wo bin ich? Ah, hier bin ich. Oh. Ah. Es ist so schwer. Äh, glaube ich, ich glaube nicht. Ja. What? Spreng. Oh, ich will ja den. Ich komme da nicht rüber, Sir. Doch, kommst du. Oh, fast nicht. Ja, das... Hey, sorry. Ach so, du bist schon ein bisschen über da. Also komm, ich will jetzt fehlerfrei. Also stell dich nicht vor an. Du bist ein... Er war doch der Traum. Ich wollte nicht. Oh, ich will. Du darfst nicht, du musst rumspringen. Äh, ja. Oh. Sir, ich habe einen Plan. Wir müssen eine Rampe bauen, um über die Einsatzwagen zu springen. Sie müssen also alle Autos auf diesem Transporter zerstören. Oh Gott, die Raketen. Ah, sie treffen. Ah, ich kann, kann, kann. Kann, 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 kann. Voll, voll, voll. Ach so. Ach so, du, du. Ja. Ist das jetzt gemacht? Ich tue es. Der Laser. Nicht der Laser, die Frau. Yeah. Flucht aus. Steinstadt. Okay. Wow. Ich war der Hammer. Du riebst von mir, oder? Er mit Mülltonne. Er mit Mülltonne. Wild Style Kapuze. Eiscreme. Yo. Yo. Wer hat mehr Geld gesammelt? Wer hat mehr Geld gesammelt? Wer hat mehr Geld gesammelt? Ja, du. Und trotzdem habe ich mehr Geld gesammelt. Wir sehen uns wieder, YouTube. Da sehen wir uns wieder. Aber wir waren aus. Und da wird sie gut. Yo. Das war's jetzt auch schon wieder. Wir danken für ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Da geht es weiter. Yo. Tschüss, Leute. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.